Musik Ja, also ich finde, besser kann man es nicht machen, schmelzendes Eis. Und ich glaube, der Doppeleffekt ist hier einfach zu sehen. Auf der einen Seite schmilzt das Eis viel schneller. Man muss eben aufpassen, wenn Sie hier hinschauen. Wir haben gar keine Zeit mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Und das Zweite, wir sind alle direkt betroffen. Jeder einzelne Mensch. Und das ist die zentrale Botschaft. Für mich ganz persönlich stellt es sich manchmal so dar, dass ich schon sehr davon überzeugt bin, dass es in der Bevölkerung angekommen ist. Ob es in der Politik so angekommen ist, bin ich mir nicht so sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017